Hallo meine Zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA. Lustigerweise nimmt der Bildschirm das gerade nicht auf, das heißt wir machen mal einfach was anderes und zwar nicht Pause, sondern... Hallo, 10.1, genau. Ja, ähm... Mit dabei sind's. Ich bin ich, Jura und Cimi02. Ja, wie, äh, wie weit bist du? Ja, ich muss noch, ich muss noch 9 Kilometer fahren. Geplant. Ist das Teamleben richtig? Äh, ja. Schade, dann würde ich Cimi jetzt sprengen. Ähm... Wir machen gerade wieder Vorbereitung für den dritten Akt, der sehr schwer wird, wie ich von Jura auch schon gehört hab. Geht. Also ja, nein, ja. Also ich hab's mit Nils und John gemacht, mit denen war's dann relativ... Relativ, sag relativ. Ähm... Nett, es war nett. Sagen wir mal so, es ist nett. Oh, cool, jetzt, äh, ich bin nicht ganz kurz in China, noch ein Moment, bitte. Bevor hier irgendwelche... ...irgendwelche wildfremden Leute reinkommen. Genau. Ich gar nicht leiden kann. Ah, fuck, hätte ich rechts fahren, was neid. Ja, halt, ich... ...mein Parfen ist das, ne? Alter, tschöner, gar nicht. Ich bin auch gar nicht hinter euch. Oh, Meriwether... 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 Heiratswetter, Alter. Ich komm auch echt auf die dümmsten Sachen. Oh, Aufnahme. Eieiei. Stream oder Aufnahme? Aufnahme nur. Ähm, ich bin GTA zu streamen, das wär etwas, äh, heftig. Dukat... Das ist doch eh nicht raus, oder? Dukat ist doch eh nicht. Äh, Mann, was meine ich mit der scheiß Dekodier-Einstellung? Was freutig denn? Ich hab das auch schon auf Maximum gestellt. Ich versteh's nicht. Ah, habt ihr euch getreten? Nach einer halben Stunde muss ich weg. Ja, schaffen wir. Äh, ja. Nein, ich hab auch einen Unfall. Ja, komm, gleich stehen. Wir warten hier auf Reddimmer. Stehen. Komm, noch fünf Kilometer. Sag mal. Timi. Nicht umbringen. Und wir waren. Ich war mit dem gepanzerten Wagen, aber ihr habt ja mal schnell zerstört, das heißt, ne? Ich denke, seid ihr schuld. Das ist nicht so schlimm, du. Alter, aus dem Weg bitte. Was hast du vor? Echt? Ihr dürft euch alle nach der Mission umbringen, ja? Da mach ich für endlich die Feier an. Was willst du? Hä? Was willst du? Ne, warte, mach ich für endlich die Feier aus. Ah! Ne. Ne, mach ich für endlich die Feier... Hä, warte mal. Wann sagt man an? Wann aus? Und wenn... Alter, Alter! Wenn du die anderen mach... Wenn du die anderen anhippen kannst, dann ist es an. Wenn nicht, dann ist es aus. Ja, also... Dann mach ich für endlich die Feier an. Wenn... Später... Später... Nach der Mission. Jetzt hab ich nämlich aus. Das heißt, ihr könnt euch gar nicht umbringen. Naja... Das ist du. Aua! Aua! Wogegen bin ich denn gefahren? Hab ich jetzt komplett gedreht. Oh, da hab ich ne Tür verloren. Nice. Warte, du stirbst ja nicht, ne? Ich könnte doch sterben. Wenn man's gut erscheint, zum blauen Kreis um ein. Was heißt das? Was soll ich das wissen? Na, guck... Guck dir diesen Finger an. Guck dir diesen Finger an, hä? Guck dir diesen Finger an. Guck dir diese Waffe an, Digga. Guck dir diese... Guck dir diesen Finger an. Ja. Entschuldigen Sie. Was habt ihr grad gemacht? Rotekameralage. Nichts, nichts. Ich hab noch zwei Kilometer. Oh, cool. Das kommt wieder der Irre mit seinem Corona. Warte mal. Ich muss mal einmal hier ein Vollbild wechseln. Ansonsten sieht das in der Aufnahme scheiße aus. Ich glaub schon zwei seit vier Minuten, aber egal. Hier, wenn ich mich niemals kriegen, kack ich häng fest. So, nicht mehr. Nein! Mist! Nein! 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 Puh! So, weiter geht's. Jetzt habt ihr auch Vollbild an sich hier. Nein, meine Tür. Ja, meine Tür lebt noch. Ich hab nur noch 102 Dollar. Ich bin wieder zu arm. Leute. Zeig dir mal das neue Auto, was ich gemacht habe. Das ist so ein Holzstammwehr. Äh, zieh mir der Kaltspeil und ich bin ich der Hammer, Alter. Und ich der mit, der, mit dem Springmesser. Und du, der, der noch kommt. Der nicht da ist. Ja, ja. Komm deine Tür! Scheiße! Nee, meine Tür bleibt drinnen, du. In der Motorhaube zeig ich. Ich bin eigentlich beim Hafen. So ein Kratzer. Ja. Ich seh auch da hinten schon. Boah! Welchen abkommt der andere? Kommt! Ihr seid meine Hupe hören. All of the Red, all of the Red Gamer. Komm! Sieh! Nein! Nein! Ihr seid doch auch dumm, ey. Okay, jetzt dürfen wir ein paar Leute aufschreiten hier. Ciao! Alter! Oh, ein paar ist gut. Jungs, hört auf, Alter. Ich hab nur ein Viertel Leben. Ja, wenn du scheiße, wer ist dann hier noch für? Digga, 14 at the end of the dry dark. Komm, get him! Äh, am besten... Ah ja, ich bin ich halt, ja. Gute Panzerung, ne? Obwohl ich bin ich, sollte sich mal, glaub ich, heilen. Ach, die sind alle im Gebäude. Oh Gott. Ja, ja. Denkst du, die machen uns das ein? Oh Gott, der Pupps ist abgefallen. Nice. Ich snipe in eine Runde. Sag mal. Soll ich Granaten reinwerfen? Ja, schieß einfach. Ich bin ich an, und mich? Hä? Was willst du? Äh, geht mal am besten weg da, ich schmeiße Granate rein. Nein, bringt nicht. Doch, hab ich schon. Jetzt weg da. Äh, hier in den Containern sind Sachen drinne. Ja, ich weiß. Ja, ohne Haftbombe. Ja, die habe ich auch gut, dann, wenn man sich bitte mal hier, dann schon. Das ist mehr, mehr im Wetter, hat die, oh Gott. Ja, ja. Äh, wir haben das Gefühl, ihr macht einfach gerade alles schon. Machen wir auch. Und jetzt, wir liegen wirklich auf, und Panzerung. Easy. Ja. Ich bin ich, der, der, der Auto. Oh, auf diesen komischen Dach sind die. Oh, es gibt nur einer. Und muss man schon mal, einer. Oh, es gibt nichts. Wer ist, der? Ist der in den Containern? Wo ist der denn, der ist hier über uns? Ist der ein Container? Was ist hier geschwommen? Kommt das über uns, wir müssen immer hoch. Oh, Leute. Wir müssen jetzt mal hoch. okay unsere Brille funktionieren jetzt oh Gott äh das sind die Juggernaut, Leute drücken in Deckung das ist ja eine ballistische Wieso bin ich auch da sind ja Junge Alter ich wusste nicht von Brutigkommen das heißt ich hatte sie aber nicht auf dem Radar die beschießen alle mich ja das ist egal ich bin direkt hinter denen Alter oh Gott oh scheiße ich hab richtig reinbekommen ja Raketenwerfer ist noch eine Idee ich hab grad die Granaten Alter die müssen einen nicht mal sehen naja Junge ich fahr hinter ner Wand so da wollte ich Granate reinschmeißen war ich ja so langsam beim Granaten reinschmeißen hat das nicht so gut funktioniert sag doch das wird nicht einfach Red Gamer hm? sag doch das wird nicht einfach Alter aber die sahen so echt OP aus also ey äh glaub nicht also wieviel Kopfschüsse halten die aus? äh ich glaub Nils meinte mit ner MK2 Sniper mit der stärksten MK2 Sniper 3 aber ich glaub die hat keiner von uns ah ich hab die komm mal Leute jetzt kriegt ihr mal ein bisschen Action hier ja ich hab eine jetzt dürfen wir wieder von hier machen und die Leute tut nice äh ich geh am besten nach oben äh das werden die alle erledigt habt gehen wir am besten nach oben weil von oben kommen die glaub ich am besten äh ich bin ich fährst du wieder mit dem Auto rein? warte okay ich hab ich bleib jetzt auch im Auto hier ich hab eine schwere MK2 Sniper äh ich hab einfach nur Präzisionsgewehr und Karabiner Lenkaketenwehr verbringt uns ja was? ja stimmt ja aber spart den spart den ich hab nur einen Schuss also ja spart den für die Juggernauts ich geh von hinten rein ich hab auch noch eine Granate ich geh von hinten rein oh alter ich bin ich äh ich bin ich glaub du wirst eh aus dem Auto rausgehuckt wenn die Dinger kommen aber lustig wärs nicht? ich bin immer gut an der uns mit Medikett und alles weiter sie und ich bin dran sind sie oben? ah da unter uns sind auch welche Headshot ab ein links rechts von uns nehmen wo geht's hoch gar nicht du musst doch eh runtergehuckt boah als klar ist er von der Niko ist der Typ im Container oder was? ne der steht da hinten ach da ok jetzt schnell ich versteck mich hier hier dran los Simi los versteckt euch versteckt euch los du wirst weggehuckt abbring nix ja 25 Granaten ich film mir jetzt mal ne Runde ok ich hab jetzt äh schwere moin scheiße alter eigentlich haben die äh keinen sind das Klone oder was sind das? ja ja das sind alles Klone eigentlich haben die keinen äh Schutz auf dem Kopf ja eigentlich nicht ne ok äh ich ich hab mich hier oh gott 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 alter jesus christus junge wie lange ballern sie denn? sie sehen mich alle an warum? weil ich die MK2 habe? ja wenn ihr nicht werdet alter wie viel Muni haben die denn bitte? ne du hast es gesagt ne? ja ja der ist weg ja mein Wärmebild ist weg du ne? ich kann nix machen hab einen alter wie warum hält das? das war mein Auto wir haben sie mein Auto hat's geholt ja ja der ist grad von euch gestorben leuten leuten die kommt von hinten die kommt Wasserseite äh es kommen neue vom Süden ach von da ja oh gott oh gott aber mein Kopf treffer warum hält die nacht sich nur so kurz? also nicht nacht sich sondern hier jungolf geht doch in Deckung wieso ist er nicht in Deckung gegangen? alter ich hab doch Kuh gespammt ja deswegen ist er vielleicht in Deckung gegangen weil der mal wäre rausgekommen oh gott geht zumindest haben wir haben wir die erste Welle überstanden schon mal das bringt uns nix wir werden immer wieder von der ersten Welle gespawnt oder? ja sobald wir alle weg haben kriegen wir erst n Checkpoint meine ich ja dann kriegen wir n Checkpoint danach kommt dann kein Checkpoint mehr ist mein Auto jetzt immer noch kaputt? ja ja ist es sehr schön maaaannn dann muss ich jetzt erstmal ein Telefon abmachen vor allem guck mal hier die Thermalsicht also hält ungefähr 5 Sekunden ähm hältst du eh geduckt? nö drück einmal E dann schieß ich wenn ich geschossen habe gehts weg ah ich hab die Gooseberg ok ja ich geh mal ein gepanzertes super ich versuch's mal so das ist eher ich bin ich machbar ja der hat ein komplett gepanzertes Auto ja ich nicht aber ja ich warte leider karte ich geh wieder von hinten rein Leute Shotgun nutzen Shotgun Shotgun Snipe nach hinten oh da steht einer drinnen Digga ich bin ich du warst exakt in meinem Shit ist man hier drinnen eigentlich sicher? ne ne er ist denn da ich bin jetzt sie mir warte wenn wir jetzt schon die Haftbomben platzieren ne das die die Spawn hatten jetzt auch schon probiert die die Spawn einfach Witwenmacher 7.000 Schuss oh gut warum hatte ich das vorher nicht ich hab den Witwenmacher gar nicht mehr ha 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 ok nur noch einer nutzt den Witwen mach mal eher für die Dings da hab ihn ich bin 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 aber ich bin ich bin gut zu wissen Moinsen Ach, der ist auch so richtig ein Ganzkopperschutz, Alter. Sind das eigentlich Roboter? Ja, ne? Nein, nein, das sind Menschen. Los, 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 rennen, 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 rennen. Ah, ich werd schon wieder beschossen, nur weil ich rausgehe. Ja, das nicht. Ach, aber ich kann sonst nicht. Wo warst du denn jetzt? Ich werd sofort beschossen. Heiko? Zweiter ist tot? Ne, dann nicht. Okay, jetzt schnell hier wieder in Deckung gehen. Am besten hinter die Kiste. Nein, Alter, geh doch an die Kiste! Was macht der Vollidiot denn? Dankeschön. Erzähl mich, komm, du bist doch nicht so ganz sicher. Doch, bin ich. Schau! Ich hab einen! Leute, die schütten. Mies, also... Ich muss reloaden. Wo bist du denn? Ich bin hier hinten. Die grad so ein bisschen ab. Ich bin hier nicht, das glaub ich könne... Oh, jetzt kommen wir auch Helikopter, ist klar. Ich versuch's mit Tachtbomben. Ich hab, äh, noch, äh... Okay, wir haben's. Ja, aber jetzt haben wir... Jetzt haben wir ein Checkpoint. Äh, okay, Helikopter erledigen wir B. Raketenwerfer. Los. Vorsicht, die kommen runter. Ja, jetzt sind sie draußen. Ach, da kommen Leute... Ja gut, die fallen eigentlich nur runter, ne? Nein, die seilen sich ab. Nehmen uns zwei Schüsse. Den mach ich. Wurzäule sind die? Die sind tot. Ah lol, da sind's einer. Ach doll. Ey, diese Waffe ist so geil. Der verbrennt noch, der verbrennt noch. So. Okay, äh, haben wir ein Auto? Mein Auto steht da hinten noch. Okay, jetzt ist es drin hier irgendwie, gut. Warte, deren Autos haben doch Geschütze, oder? Wir können so rein. Ja, aber die sind die ersten, die sind nicht hier, zweitens kannst du da nicht rein. Ja. Ach du Scheiße. Hab einen. Ey, ich hol' meinen Koma. Fick'n Auto, Alter. Warum? Ich fahr' mir doch grad ganz gut auf. Ich fahr' nur, dass Auto explodiert. Ich werd' da weggehen. Ey, auf der anderen Straßenseite kommt er natürlich. Ey, bleib' liegen, Arschloch. Irgendwann schön. Ach du Scheiße. Oh, ein Shopper. Nicht mehr. Ja. Ey, könnte Blut reden, dass ich den Wettbewerbmacher hatte. Ey, warum? Ich hatte doch mit nem Raketenwerfer drauf geschossen. Nö. Doch. Wie kann auch sein. Er hinter uns. Deswegen ist es auch in die Luft gegangen. Es geht immer nur so schwer in die Luft mit nem Wettbewerbmacher. Ja. Vorsichtiger, wenn ich lebe nicht gehen. Guck mal, wir haben alle diese, ne? Okay, ich muss erst mal heilen. Oh, wobei nicht. Ich hab' noch genug. Ja, sonst sind keine. Achtung, ich bin nicht da. Oh, ne. Jora, geh' in Deckung, geh' in Deckung, Alter. Da sind Dingens. Ich bin nicht, geh' da weg. Ich bin nicht, geh' da weg. Das sind Juggernauts. Ey, lass' mich einstecken. Okay. Ey, äh. Oh, die sind weg. Lass mich auch einsteigen. Lass mich auch einsteigen. Lass mich auch einsteigen. Das ist ein Viersitzer, ne? Ja. Ja, warte. Ich bin nicht, ähm, fahr' zwischen die Container und lass' mich aussteigen. Er schläft noch. Die Juggernauts sind weg. Nein, wo fährst du denn hin? Welche Container? Nein, die Juggernauts sind noch da. Ja, du hast gedreht, das war... Ne, wer will. Ah doch, da hat's auch was da hinten. Nein, 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 nein. Nicht dadurch, was machst du denn? Das hält das auch niemals aus. Nein, doch nicht die Seite. Hält das Auto das aus? Das ist das... Dumme. Ich glaub' nicht das... Oh, das Auto! Oh, es hält das aus. Boah! Jetzt bin ich von der Seite zwischen die Container. Alter, das arme Auto! Kann ich mal kurz fahren? Was für Container? Ja, äh, wie viel hält dein Auto aus, bitte? Äh, ist vier. Alles. Hast du 100% oder was? Oh Gott, schnell rein da, rein da, rein da. Natürlich ist der Corona. Also der hat... Äh, wenn man sich das schon... Äh, wenn man sich das schon... Ich glaub' der, wenn man sich das schon kauft, dann hat der das schon sofort, oder? Leute, ich steig jetzt aus, warte, bleibt drinnen. Achtung, die gehört, die schießen die nämlich dazwischen. Achtung, die sind da instant. Jetzt hol' ich mir ein paar Grad nach. Ey, lass' mich fahren. Wir sind da. Verpasst vor dem Versuch. Ihr solltet nur den Kuruma nicht sprengen, weil der hält das überhaupt nicht aus. Ähm, ich kann nicht. Ja. Dann macht man die Türen zu, sonst haben wir dann auch keinen Schutz mehr. Jo, sind beide weg. Oh, easy. Jetzt bist du noch reinfahren. Achtung, es kommt noch mal... Ich glaub' zwei Juggernauts. Ich bin ich. Fahr mal... Ja, genau. Fahr nach Hit durch den Zaun. Fahr nach Hit durch den Zaun. Ähm. Also. Ja, Abholpunkt. Ah, fuck, Alter. Oh, da sitzt einer. Pass auf. Der hat jetzt eine Deckung. Achtung, Achtung. Wir können nicht an die Hedis, weil... in Richtung, wo in die Hedis schauen, stehen zwei Juggernauts. Wir müssen von der Straße aus die Juggernauts erstmal wieder wegholen. Ach so, das ist so Agent. Ach so. Wow. Wow. Ja, ich bin... Ja, bleib da, bleib da. Ja, bleib da. Ich bin nicht Fahrmer, fahr mal vor. Durch den Zaun einfach mal. Ach so, hier ist ein Ding jetzt... Nein, auf die Straße drauf. Danke. So. Und jetzt drückt E, weil jetzt sollten hier gleich Juggernauts sein. Wow, was ist das denn? Ach so, das sind hier. Ach so, das sind hier. Ja, hinter uns sind jetzt instant Juggernauts. Ah! Ah! Warte, ich bin von... Oh, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Pferd ist einfach um. Alter, ich war fast tot. Ja, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, Alter. Ja, ich hab dich schon geheilt, aber ich war fast tot. Find das was? Oh, mein Gott. Ich bin nicht bezweifelt, dass es was bringt. Ja, warum geht der mal in der Thermalsicht immer aus? Doch, der eine ist tot. Ne, der lebt noch. Er schießt ganz einfach von der Seite auf ihn. Er kann hier einfach nicht durchballen, das ist lustiger. Ah, doch, keiner. Ejo, ich bin nicht, ich bin nicht. Ähm. Oh, hab ihn. Wir fahren mal kurz noch gas. Ja, wir haben auch unser noch nicht. Ja, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Bleib hier. Ich werfe Granate mal raus. Ich werfe Granate mal raus. Oh Gott, ich seh, lol. Geh doch in Deckung, geh doch. Nein! In der Ernst? Da ist gar keine Granate auswählen. Liegt da jetzt ne Granate? Ne. Wollt keine auswählen. Alter! Warum sagt ihr mir denn nicht, dass der da noch ist? Hattest du keine Thermalsicht an? Ja, die geht immer wieder aus. Ich schieße einmal, dann geht sie aus. Dann muss ich das wieder anmachen, dann schieße ich einmal, dann geht sie wieder aus. Ja, dann mach ich die immer wieder an. Ja, dann mach ich die immer wieder an. Ah, Gott, ey. War noch alles von neu. Weil den einen hatte ich schon erledigt und dann dachte ich, ja, den anderen auch schon. Deswegen bin ich ja vorgegangen, aber dann stand da plötzlich einfach einer. Sicher, dass es nicht drei waren? Ne, es waren nur zwei. Aber ich glaube, überfahren bringt bei denen nicht so viel, aber ich bin mir da leicht unsicher. Ja, wir werden dann überfahren mit hoher Geschwindigkeit. Hatten wir. Miss. Äh. Also, wo ist dein Auto? Einmal ein bisschen mehr Anlauf dann. Ja, ich hol jetzt auch mal mein Auto. Was ja auch noch irgendwo stehen muss. Guts nicht? Nice, Digga. Warum geht das denn mal aus? Fahrzeuge? Kann ich bitte meine Fahrzeuge anfordern? Alter, damit der Gunzberg da durchzurushen ist, übelst gut. Was ist denn die Gunzberg? Hey, Nive. Ich muss mal ganz kurz Telefonat hören. Hallo? Hey, Tara, die ist mega geil. Das ist halt zerstört, sondern wollte mich grad farschen. Ach du, von hinten. Ja, ich bin nicht, du solltest da mal kurz weggehen, ich werf ne Haftbombe hin. Nein, lass es. Bevor er, äh, ich bin nicht noch hochgeht. Da mal. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, jetzt geh doch in Deckung. So. Wer ist eigentlich ganz am Anfang gestorben da? Du. Nein, ich bin nicht gestorben. Wer ist denn dann gestorben? Hab ich nämlich keinen Plan. Ich bin wieder voll. Glaub ich einmal. Okay, jetzt bin ich einmal gestorben. Und das war glaub ich das Leben, was wir brauchten. Mal gucken. Egal, wir schatten es vielleicht. Ah, der Helikopter. Ja, äh, den hol ich. Hab ich. Abends. Abends. Ah, jo, sie mir, Digga. Äh, ich bin nicht, lass mich mal bitte in dein Auto gleich. Ich hab noch ganz weniges Leben. Ja komm, halt dich, halt dich, halt dich. Ja. Ah. Warte, ich kümmere mich um die Juggernauts, wir können ja dann was machen. Ne, ne, keine Alleingänge hier. Ah, alleine, das ist super. Doch, alleine, das ist super. Das ist super. Weil ich gerade die exakt die gleiche Methode schon gemacht habe. Aber von wo? Von wo welcher bleibt? er sollte das wird doch mal das Auto hier ich bin komplett alleine hier hätten ja ich bin komplett aufgeschmissen ja wo bist du ja du bist auf der anderen Seite ach schon fahrt durch den Saun die Töger noch stehen direkt da Prozent was das achtet ach das sind auch sie ja das sind Arschlauch das hier kann man ja gleich noch mal die Hegel ist ne holi shit der fliegt in den Himmel wo war der das meine ich keine Leingänge Junge das war doch nicht wegen der Juggernaut es war voll er steigert einfach mit ins Auto wir steigen jetzt gleich alle ins Auto garantiert nicht aber da kann es nichts passieren hatte ich mal einen Insurgent Pickup Insurgent hätte ich aber kann ich leider nicht holen schade ja das ist problematisch also steig einfach bei uns ein ruf einfach meine Morsel an geht nicht stimmt einfach ins Auto ich bin ich fahr einfach einmal alle um und schon haben wir es und warum hast du einen Rucksack ja aber ich fahr wahrscheinlich dann mit dem Auto ins Wasser wenn ich die dort umfahrene will ja stimmt aber das ist dann nicht schlimm wenn wir ersaufen na gut das ist schon Digga ist dein Fahrzeug wieder zerstört oder was Digga wie viel hält er aus wie ist denn mein Fahrzeug zerstört worden und du bist das tot ich? ja du hast nur noch helfe zu leben ja aber ich bin nicht gleich äh bin ich fast tot nehmt den Dune Buggy mit geschützt hier wo denn? ja der steht hier vorne ja komm das ist meiner ja dann oh komm schon oh nein 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 geh doch in Deckung geh doch in Deckung du hast fast kein Leben mehr ja geil siehst du? ich hab auch drauf geschossen und da bist du schon wieder gestorben ja weil einer von einer Seite kam mit einer Shotgun du kannst du als Beifahrer ran ja ich weiß ja fahrer auch lass mich rein ich bin ich ich kann doch auch nicht rein ja ich bin ich hohe jetzt mal hier hinten ab bitte warte ich möchte vorne ein aaaaaaah ach super hier einfach drinnen bleiben ja gut einer muss Jora warte doch hier auf ich bin ich einer muss ohne Tür fahren ja ok dazu bin ich mehr geschützt doch Simba es ist nur halb eine Tür du musst hier einsteigen in den Koma der will ich ja aber der wollte da rein der will ich ja aber der wollte da rein pass auf dass du nicht die Tür ne Headshot eine Tür habt ihr schon verloren ja das ist schlecht für die Juggernauts du meinst es ist gut viel Achtung Achtung da überlebt da war ein Tank ja ich hab drauf geschossen ja da war ein Tank äh du weißt schon was genau hier die Juggernauts voran äh die sind hier noch nicht doch jetzt die sind schon da die sind schon da dieser Drecksack da wir stehen direkt auf ok Achtereps steht direkt vor uns der steht da vor Motorhaube fahr weg ich werd da nachher rein fahr doch nicht mit der offene Tür zu boah ich ich semmel was ganz schön in seine Birne rein warte nein ich bin nicht fahr da weg fahr da weg fahr da weg Spostos rein wenn ich hoch auf auf stimmt ich hab ja noch äh ähm ach so ich bin nicht fahr nicht rein nicht rein nicht rein ich park jetzt mal so dass wir wieder aussteigen können einer ist da einer ist da ich bin überhaupt noch auf dem zweiten Park Spostos ok so hinter uns spawnen jetzt gleich welche ne siehst du knapp noch alles dürfte ich wieder in mein Auto fahren ach so ja äh also hinter uns spawnen gleich die ne hab ich recht ja ich verstecke Jura steig ein Jura Jura steig ein ja du kriegst den nicht alleine steig ein Junge wenn wenn ich mich hinter diesem Container verstecke und Explosives drauf hab natürlich krieg ich den alleine hinter dem Container ist man bei KC äh ja wenn wir äh wenn wir oh das wird die Hunter benutzen ja dürfen wir ah ok aber ich sag dann auch zu dafür ne Achtung nein 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 Ich hab ein paar Ego-Taser fast beißt. Alter, jetzt hatte ich grad echt Herzrasen. Oh, das sind die Dinger. Naja. Hey, ich fliege, tschau. Wir sehen uns im nächsten Leben. Nein, was? Johan, lass mich fliegen. Sollen wir jetzt mit den Dinger abhauen? Ja, Johan, warte, ich geh aus dem Talmuster raus, ne? Warte, ich muss Co-Pilot sein, damit ich besser schießen kann. Nee, du bist du doch. Nee, bin ich nicht. Wir sehen uns. Welche Tasse kann man noch mal Talmodus? Wenn du fliegst, dann bleibt der auch tief. Wir können keinen Talmodus aktivieren, die Flieger haben. Ich kann nicht schießen, nur so zu informieren. Ja, ich weiß. Ah, du musst im Talmodus bleiben. Ja, welche Tasse kann man Talmodus aktivieren? Der ist schon aktiv. Nein, du fliegst so. Runter, 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 runter. Ja, danke, ich seh das auch mit Gamer. Ja. Alter, ich doch hier, ne? Wir haben schon wieder eine 30-minütige Folge. Ab jetzt kommen keine Gegner mehr, ab jetzt ist es easy. Boah, Alter. Aber auf schwer hätten wir es nicht überlebt. Am besten jetzt nicht durch irgendwelche Hochholzer durchfliegen und dann haben wir es. Wer fliegt denn gerade? Ich flieg gerade unter 10. Ist der bei euch drinnen, der Agent? Er ist bei mir drinnen. Wollte ich schon sagen, der ist nicht mit eingestiegen. Das wäre geil. Oh, da sind... Ach ne, das ist 10. Gut. Juhu, nicht schießen. Ich dachte, wir sind in Talmodus. Nein, sind wir nicht. Welche Taste kann man Talmodus aktivieren? Du kannst sie nicht aktivieren. Du musst einfach nur aufbauen lassen, dass du nicht so hoch fliegst. Alter Schwede. Warum checken das denn so viele Leute nicht? Ah, wir sind schon da. Erfassung, Erfassung, runter, runter. Ja, ich... Ich drück es, Junge. Was denkst du drück ich die ganze Zeit? Haben wir Reifen ausgefahren? Kannst mal gucken? Wir haben keine. Ja, wir sind ausgefahren. Nice. Aber das machen wir auch von alleine, oder? Ne. Juhu, nimm mal ein bisschen Speed weg. Alles klar, wir sind da. Ich bin Meisterpilot, was willst du? Kannst du auch Meister ausweichen? Mensch, was? Ah, nein. Am besten nicht, wenn ich lande. Aber sonst eventuell. Lande ich gerade im Wasser anscheinend. Uch. Hey. Ich hab auch Raketen, falls du das dann sagen willst. Ich hab drei Meter da vorbeig... Weißt du, wie ich war? Ja. Thanks for the ride! We're good, okay? Alter. Wir haben's geschafft! Siehst du, ging doch alles klar. Jetzt fehlt nur noch eine Vorbereitung. Easy. Voll einfach. Brauchst du doch, wo ich die meisten gekillt habe? Ja, irgendwie schon, ne? Also, ich hab die meisten gekillt. Okay. Dafür, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und ciao!